Mein Hut, der hat drei Ecken Auch wenn dieses Lied sehr bekannt ist, spiele ich es dir zuerst einmal vor, damit du weißt, worum es geht. Mein Hut, der hat drei Ecken, steht in einem Sechs-Achtel-Takt. Das heißt, in jedem Takt gibt es sechs Achtel-Schläge. Und diese sechs Achtel-Schläge sind aufgeteilt in 3 plus 3. Wir haben also zwei große Schläge in jedem Takt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und jeder dieser großen Schläge hat drei Achtel-Schläge, ist also so lang wie eine punktierte Viertel. Wir sprechen jetzt mal zu Anfang rhythmisch den Text. Und dabei können wir uns ruhig so ein bisschen schaukelnd hin und her bewegen. Und unsere Schaukelbewegungen sind immer so lang wie ein so ein Großschlag pro Takt, also drei Achtel-Schläge lang. Und wir fangen auf einer Sechs an. Denn es gibt ja ein Achtel-Schlag auf Takt. Das ist dann der letzte Schlag in dem Takt, also die Sechs. Ich zähle eins, zwei, drei, vier, fünf vor. Und auf der Sechs fangen wir an zu sprechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre er nicht mein Hut. Und dann würde es theoretisch wieder von vorne losgehen. Jetzt spielen wir es einmal. Ganz langsam, aber direkt das ganze Stück. Denn es ist nicht so schwer. Es gibt nicht so viele komplizierte Griffverbindungen mit da drin. Deshalb spielen wir gleich das Ganze, aber langsam. Und dazu hören wir auch eine Klavierbegleitung. Das ist nicht so schwer. Diese Klavierbegleitung, die wir gerade dazu gehört haben, die ist gar nicht fest aufgeschrieben. Die besteht wieder nur aus den Akkordsymbolen über den Noten. Und wie man es dann letztendlich umsetzt, auf ein Klavier, auf einer Gitarre oder worauf auch immer, das ist jedem selber überlassen. Jetzt spielen wir es ein kleines bisschen schneller. Wieder mit Klavierbegleitung und kurzen Klaviervorspielen. Und zum Abschluss. spielen wir es noch einmal schneller. Und weil es so schnell vorbei ist, spielen wir es dreimal hintereinander. Also wenn wir hinten angekommen sind, geht es direkt wieder von vorne los. und dann geht es direkt wieder von vorne los. Und dann geht es direkt wieder von vorne los. Wenn man es singt, dann ist ja der Witz dabei. Dass man nicht mehr alles singt, sondern dass man einzelne Wörter einfach durch Bewegungen ersetzt. Zum Beispiel Hut oder drei oder Ecken oder nicht. Das können wir natürlich so jetzt hier beim Blockfüttelspielen nicht machen. Das heißt, wir können keine Bewegung machen. Was wir machen können, ist, dass wir einfach nicht mehr alles spielen. Und so machen wir jetzt zum Schluss einfach nochmal einen Durchgang, bei dem ich Hut und Ecken weglasse. Viel Spaß! Vielen Dank!